Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen gepflegten Runde Star Wars The Old Republic. Heute, ich weiß nicht ob ich schon mal einen Rap-Charakter hier drin habe, aber heute sind wir mal für die Republik unterwegs. Genauer gesagt, macht den Kick-Off mein Jedi-Heiler, also Jedi-gelehrter Heiler. Und auch hier steht noch einiges zum Thema Leveln an. Also der ist ja erst noch ein bisschen unterwegs. Oh, okay jetzt kommt der. Mop! Ich glaube so elegant wie mit dieser Gruppe habe ich das noch nie gelöst. Da bin ich jetzt echt mal ein bisschen positiv überrascht. Naja, soll ja auch nochmal vorkommen. Ja, der Punkt ist dann. Na, die nehmen wir weg. Ja, kann wer. Sehr gut. Sind wir hier nämlich auch schon wieder schneller durch? Ich glaube, ich suche mit dem nächsten Mal für den hier ein neues Outfit. Okay, wir schreiten uns zu campen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aha! Da ist es schon! Okay, was kriegen wir hier? Hm. 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 Da muss noch ein bisschen mehr her. Boah, die Effekte von der Heilerklasse sehen ja mit Licht teilweise noch cooler aus. Aber ich muss sagen, das gefällt mir besser als die Variante mit den Blitzen. Ja. 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 Bitte lass noch irgendeinen Hacken haben. Bitte, bitte, bitte. jackpot kommen so ein bisschen für die quote das ist Also heute ist mal wieder so ein guter Tag. Das kommt auf jeden Fall noch mit hier hin, dass ich das jetzt nicht irgendwie verkaufe. Oh! Hat keiner gesehen. Da hat niemand gesehen. Da hat nicht geht. wieder ein bisschen so tun als würde man auch was machen oh So, wo waren wir? Ach ja, da war was. So, wo waren wir? Der schnellste Run aller Zeiten. Oder mal zumindest einer. So, wo waren wir? Oder geht's auch schon ans Finale? Ach, verreckt doch! So, wo waren wir? 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 So, wo waren wir?